Bier zu Liebe ist ein Start-up, das individuelles Bier braut. Das Besondere daran ist, dass ein Kunde von uns sich das Bier auf der Webseite zusammenstellen kann, ganz genau nach seinem Geschmack. Er kann zum einen den Biertyp wählen, er kann den Alkoholgehalt wählen, er kann die Hopfenintensität einstellen, er kann die Spritzigkeit einstellen und auch die Farbintensität. Die Bestellung geht an unseren Brauingenieur. Der Brauingenieur guckt sich die Bestellung an, bereitet das Braurezept, was der Bestellung zugrunde liegt, vor, wäscht das Fass, in was die Bestellung rein muss, geht dann in den Kühlraum, stellt das individuelle Bier her. Die Cuvée muss dann noch einmal über Nacht stehlen, da ja auch die Spritzigkeit, sprich der CO2-Gehalt, eingestellt werden muss. Am nächsten Tag wird in die Flaschen abgefüllt, es wird etikettiert mit dem individuellen Rückenetikett und dann wird verpackt und versandt. Der Clou dabei ist in ganz kleinen Mengen, das heißt drei Flaschen und innerhalb von nur einer Woche. Wir haben gesagt, es ist ein Premiumprodukt, ein individuelles Produkt und das muss auch die Flasche ausstrahlen. Und dafür war eine Champagnerflasche geradezu ideal, zu dem sie auch mit einem Naturkorken und einer Agraffe verschlossen wird. Das heißt, man hat also ein Produkt, dem man bereits ansieht, dass es ein hochwertiges, tolles Produkt ist. Lückenwalde ist ein sehr gut geeigneter Ort für unser kleines Unternehmen. Zum einen, weil wir hier eine Infrastruktur vorgefunden haben, die wir sehr gut nutzen können mit der Brauerei, mit der Partnerbrauerei, mit der wir zusammenarbeiten. Das hat also sehr gut geklappt. Die Nähe zu Berlin ist ganz ausgezeichnet. Das war sehr hilfreich. Und wir wurden hier sehr herzlich auch empfangen, haben sehr viel Unterstützung bekommen, auch von den Kollegen hier vor Ort und das hat uns sehr geholfen.